Musik Mein Name ist Michael Erdmann. Ich bin seit 2017 hier im Außenbereich tätig und bin für alles, was im Außenbereich anfällt. Das heißt Rasen mähen, Beete machen, wenn Gäste ein Problem haben. Das ist meine Aufgabe. Dieses Jahr mit der Corona ist eine sehr neue Situation für uns. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich will hoffen, dass die ganze Sache jetzt bald zu Ende ist. Und wir wieder unseren normalen Alltag erleben und unsere normalen Gäste wieder empfangen dürfen, dass halt alles wieder normal wird und wir einen normalen Alltag haben. Ja und wenn sich alle daran halten, dann macht das auch mehr Spaß und es geht halt wieder vorwärts. Wir sind zur Zeit in der Vorbereitung und sind guter Dinge, dass wir alles zum Start, Saisonstart hinbekommen. Also wir sind ein super Team. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste einen schönen Urlaub hier erleben. Und wenn alle sich an Hygienemaßnahmen dran halten, dann wird das für alle ein super Urlaub werden und es kann nur besser werden. Vielen Dank. Ich hoffe, wir kriegen einen super Sommer. Kann ich einfach weiterreden? Ja klar, klar. Wird ja eh geschnitten, ne? Genau. Ja. Wird ja geschnitten, ne?